Hallo zusammen, herzlich willkommen hier in der Kinopassage einer der Wohlfühloasen in der Stadt Allenbach. Hier passiert gerade Spannendes. Vier Allenbacher Künstler sind anwesend, nämlich Vince, Mario Steffen, Schmitty und Peter Lorenz. Und Multimediakonzept zeichnet Musikvideos mit ihnen auf. Das Ganze wird im Auftrag der Stadt Allenbach organisiert vom Musikclub Bives, der künftig seine Heimat hier in Allenbach finden wird. Ab Montag, den 8.2. wird jeden Abend um 19 Uhr eines dieser Videos abrufbar sein, immer auf der Homepage der Stadt Allenbach. Mit dieser Aktion möchte ich die Stadt, ihre einheimischen Künstler unterstützen und etwas Musik in den momentan allzu grauen Alltag bringen. Also genießen Sie es und bleiben Sie tapfer, mutig, fröhlich und vor allem gesund. Und ab Montag gilt dann jeden Abend, Blick auf die Uhr, 19 Uhr, Kultur. Einставbar. Ich habe doppelt mit ihnen, Essener, Schmitt, Schmieds. Das